Der ist lang, genau. Ah, das ist so ganz toll. Die Familie ist hier. Ja, das sind wir. Indios, Schwarzen, Landlosen, Schwulen und Westen. Die Familie hat keinen Platz im Staat, dieses Herren. So sieht die Regierung der Präsidentin Wilma aus. Hoffen Sie nicht darauf, dass derlei Leute unsere Probleme lösen werden. Ja, muss, muss, muss sein. Indios, Schwarze, Landlose, Schwulen und Westen gibt es auch in seiner Nähe. Etwa 1500 Familien besetzten vor rund 20 Jahren ein paar hundert Hektar Land in Nova Santa Rita und gründeten eine Agrargenossenschaft für Bios Produkte. So, wie ist das? So, wie ist das? Zum Arschalz, zum Rasenraß und zum Wunderland. Das ist immer ablösen. Ablösen soll ich mich am Ende spielen. Und das wollen wir nicht. Ja, man kann. Wie lange das Kamera aus dem Deutsch. Die garantierte Abnahme von Fleisch und Fleisch startlich gefördert. Doch neben steht die Zukunft in den Sternen. Man merkt, dass die Regierung T-Marvin in kürzester Zeit eine Rolle rückwärts macht. Eine Rolle, ich glaube, ja. Macht's, Mensch. Der Direktor meinte, es gebe nur noch Kredite ab. Für viele Millionen Unter. Vorher bekamen auch wir welche. Jetzt sind die Mittel gekapft. Sie sind nur noch für die Großen. In den ersten Regionen hier im Norden des Landes sind die Auswirkungen der neuen Regierungspolitik... Ach, Regierungspolitik. Monolog des Guten. Die Dinge sind gar nicht so einfach. Ich dachte das Gute an jenem Nachmittag. Wie manche Kinder und die meisten Erwachsenen glauben. Jener Mann weiß, dass ich mich gelegentlich hinter dem Bösen verberge. Wie zum Beispiel, wenn jemand krank wird und deshalb ein Fluchzeug nicht nehmen kann und das Fluchzeug stürzt ab und keine Menschenseelen überlebt. Und manchmal ist es umgekehrt. Da versteckt sich das Böse hinter mir. Wie an jenem Tag, als der scheinheilige Abel sich von seinem Bruder Kain töten ließ. Damit dieser in aller Augen gebrannt macht sei, ohne sich je wieder rehabilitieren zu können. Die Dinge sind gar nicht so einfach. Manchmal. Doch. Wie das Pferd sich Gott vorstellt. Trotz allem, was gesagt wird, widerspricht die Vorstellung eines von Pferden bewohnten und von einem Gott in Pferde gestalt regierenden Himmels. Den guten Geschmack und der elementarsten Logik überlegte neulich das Pferd. Jeder weiß, fuhr es in seiner Überlegung fort, dass wir Pferde, falls wir völlig schwäß wären, uns Gott vorzustellen, ihn als Reiter vorzustellen. Der Hund, der einmal Mensch sein wollte, im Haus eines reichen Kaufmanns in Mexiko. Umgeben von Luxus und Maschinen aller Art, lebte vor nicht langer Zeit ein Hund, der sich in den Kopf gesetzt hatte, einen Mensch zu werden. Und er arbeitete mit Fleiß daran. Nach mehreren Jahren ständiger Selbstüberwindung vermochte er mit Leichtigkeit auf zwei Boden zu gehen und glaubte manchmal schon fast ein Mensch zu sein. Mit Ausnahme der Tatsache, dass er nicht biss, dass er mit dem Schwanz wedelte, wenn er einen Bekannten traf, dass er sich vor dem Hinlegen dreimal um sich selbst drehte, dass er, Eiei sei wert, wenn er die Kirchenglocken hörte und dass er nachts auf einer Anhöhe stieg, um zu heulen, wenn er den Mond lang betrachtet. Ja, die schöne Sachen drinnen hier. Dankeschön, Nadine. Der Blitz, der zweimal am selben Ort einflug. Es war einmal ein Blitz, der schlug zweimal am selben Ort ein, aber er fand, dass es vergeblich war, weil er schon beim ersten Mal genügend Schadenangriff hatte. Da cremte er sich sehr. Ja, das ist so eine Sache. Wie die Menschen mit Menschen umgehen, ist heute nicht mehr, dass es nicht mehr konzentriert ist. Monolog des Böses. Eines Tages stand das Böse dem guten Auge ein Auge gegenüber und wollte es gerade verschwingen, um ein für allemal jene lässerliche Strafe. Hab kam Bock mich. Hab kam Bock mich. Bis jetzt läuft die Kamera neun Minuten. Acht Minuten und einundreißig. Acht Minuten und einundreißig. Acht Minuten und einundreißig. Was wäre denn, was wäre denn alles aus? Bereits spürbar. Hier hatten Lula... Die neue Regierung schert das alles wenig. Keine Verfassungsänderung hat sie alle Staatsausgaben für die kommenden 20 Jahre eingefroren und den Leitzins der Zentralbank kaum angetattet. Er liegt immer noch bei unglaublich hohen 13 Prozent. Eine fette Rendite für spekulative Anlagefonds, die die enormen Staatsschulden finanzieren. Die Banken konnten durch interessante Zinssätze die brasilianischen Staatsanleihen bedienen. Heute ist keine Rede mehr von dem Kollisionskurs mit Bankern und Investoren wie Delmaro Selfie 2012 vor. Sie wollte die Zinssätze limitieren, spricht die Profite. Was ist das? Das ist das? Ja, das ist die Böder. Das ist die ganze UFO-Sache. Das ist alles UFO-Sache. Machtverhältnisse, ja, 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 unser Cocktail, meine Lichtmusik und das hier, das kennst hier, das kennst du ja alles, vom Prophet Wolle, 10 Minuten 21. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 NDR 2021 Das war der erste Schleisch. Ich komme doch kurz nach. 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 Ich komme doch kurz nach.